10 World Cups, aber diese Trophäe hat sie eluidiert. Es ist ein guter Weg für Bahrain. Sie sehen ihn auf der rechten Seite. Oh, das ist Mahun. Er ließ die Spieler auf. Das war ein guter Weg. Und er hat die Entscheidung. Er hat die Entscheidung. Hier ist er. Oh, das ist Mahun. Für Bahrain. Das ist woher es wird. Du denkst. Das war eine definitiv Chance. Und er wird denken, Mohamed Mahun, er sollte besser sein. Es war die Spieler schnell zu gehen. Und wir sahen ein tolles Beispiel von Mahun. Und da, auf der Seite. Ja, sie haben sicherlich die Message. Das Zeitpunkt, die Karrieren gehen wird. 70-30 in diesem Bereich. Es ist ob sie können die Karrieren stifeln. Das war nicht der größte Herausforderung in der Welt. Der Karte ist weg. Der Karte ist weg. Der Karte ist weg. Ich bin sicher, ob die Spieler wirklich das will. Ich muss versuchen, das zu finden, das Karteierrepräckige hier. Die Karrieren muss nicht mehr nehmen. Aber in all honesty, ich denke, eine Einde, ein Attraktiv-Parsing-Fußball-Bahrain. Das Spiel ist vieles Spiel. Vieles Spiel, vieles Spiel, vieles Spiel. Aber wenn du eine Seite die spielt, wie das... Ja, ich liebe die Idee von ... ... wie es das in den ersten Ereignissen ist ... ... wird sehr glücklich, das ist für sicher ... ... 2004 ... ... es ... ... das kann passieren ... ... keine Flagge noch ... ... und der Hedder war sehr off-target ... ... von Quangenbombe ... ... die Gange in ... ... das erste Mal, wir sehen ihn wirklich ... ... und das Bisch ist auch ... ... hier Sun ... ... nicht ein Mann ... ... das wird ... ... ein corner kick ... ... und sie haben ... ... drei in der Penaltiere ... ... WAITING ... ... ich bin nicht sicher ... ... dass Joe Gyusog eigentlich ... ... das zu kommen ... ... es könnte sein ... ... eine Früche hinter ihm ... ... er hat ihn applaudiert ... ... ich habe einfach ein Gefühl ... ... ein bisschen Druck ... ... er hat bereits ... ... drei Yellow Cards ... ... er geht in ... ... und es war nicht wirklich ... ... da zu werden ... ... und weg kommt ... ... Ali ... ... Power ... ... ist das ... ... das ... ... eine Fraction-over-Hit ... ... es war ... ... zu hoch ... ... für Hoshas ... ... er kam ... ... das ... ... das ... ... das ... ... ist gut ... ... aber ... ... ... das ... ... das ist ... ... das ... ... in das ... One of the best sides in Asia They play on the contest So Jung-U, down the line, good one again from Hangingbom. He was Sol Jung-U involved at every opportunity. His Soon going for goal. No real problem that for Luchfella. Even more so in the second half with the Bahrain players tiring. He's on the charge again here. Well, that's really clever. Here comes I-Chase Soon again. Very, very good tackle. It may have come at a cost. Here's the end of the half. Not gone to his whistle yet. Straight out of play from the... Bahrain, just to open up. Because they're the side, they need to chase. Just couldn't take it on, E-Chase Soon. That would be a free camp. A bit of encouragement here. Ali Mada, it's a nice ball. It might come back and it hurts. It was gift-wrecked in the end. Shocking defending from Korea Republic. But Bahrain are on terms. We said they thought... We thought they carried a threat. And Hushash has looked very, very lively. And inside six second half minutes... Min-Jay. Oh, that's travelling. That is a beauty. Out of absolutely nothing. That's the kind of inspiration they need. What a hit. No wonder Klinsmann's applauding. Well... That man is just a sheer talent. Brilliant strike. And Abraham Lutfana there. Never even sniffed it. For me, who's been... Getting a lot more... Valencia Youth Academy. Interestingly enough, it has got a turn of place as well. And that's absolutely delightful. For Hushash. Couldn't be got enough on the header. Mohamed Adele. Son! Oh, he hit that. And it needed saving. Good hands from Lutfana to get it over. Because that was travelling. They've kept plenty forward here. The delivery is right. Was he... Yeah, lead challenge there from Chokyo-sung. Really been an overly physical match, he wouldn't say. But probably... Obviously, the career have had a scare here. Japan got a scare. Oh! 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 Yes, little ball through. Here's Son. He looked up, but he couldn't find a team mate. And, in fact, there was an offside flag anyway. Bucks to have him bomb. Oh, quick now. That was almost passed into the corner. Absolutely brilliant. He came in. He's left Hazarelli on the seat of his pants. Und Jürgen Klinten sind 3-1 auf. Und das war einfach nicht so gut. Wir sprechen über Sonnhoek-Mann, vielleicht nicht genug von Influenzen in den Attacking-Sense. Ich glaube, er ist eher mehr aufgelenkt, als er hat er für Mache. Sog hat es zu Soliang-Mann. Und das war nicht so gut, sondern ein Ball-Kick. Er war ein fairer Weg weg. AFC Asia Cup 2019. Sunn, die Flagge hat sich gehalten. Sunn! Es gab noch einen Fall, aber nein. Wow. Wir waren expectingen die Nette zu bowl. Ball, Leiter. Excellent cover.